Klimaaktivisten legen Flugverkehr in Frankfurt lahm, Betrieb läuft wieder. Die Klimaaktivisten hatten in den frühen Morgenstunden eine Aktion auf dem Rollfeld gestartet, um gegen den Flugverkehr und die damit verbundenen Umweltauswirkungen zu protestieren. Dadurch musste der Flugbetrieb vorübergehend eingestellt werden. Die Aktivisten konnten jedoch schnell von den Sicherheitskräften vom Rollfeld entfernt werden. Der Flughafenbetreiber Fraport bedauerte die Störung und betonte, dass die Sicherheit der Passagiere und der Flugzeuge stets oberste Priorität habe. Der Flugverkehr wurde nach gründlichen Sicherheitskontrollen und Aufräumarbeiten wieder aufgenommen, jedoch kam es zu Verzögerungen bei den Abflügen und Ankünften. Die Klimaaktivisten äußerten sich zufrieden über den Erfolg ihrer Aktion und betonten, dass sie weiterhin gegen den Flugverkehr und für den Klimaschutz kämpfen werden. Sie riefen dazu auf, alternative Verkehrsmittel wie die Bahn zu nutzen und die Flugreisen zu reduzieren, um die Umweltbelastung zu verringern. Der Flughafen Frankfurt ist einer der verkehrsreichsten Flughäfen Europas und spielt eine wichtige Rolle im internationalen Luftverkehr. Die Störung durch die Klimaaktivisten hat gezeigt, dass das Thema Umweltschutz auch im Luftverkehr immer mehr an Bedeutung gewinnt und zu Protesten führen kann.